Herzlich willkommen, liebe Sturmfans, liebe Abonnenten. Viele haben schon danach gefragt, endlich ist es soweit. Die Zollpreise für die Abo-Verzichtserklärungen werden endlich verlost. Dazu haben wir auch keinen geringeren als unseren Kapitän eingeladen. Hallo Stefan. Hallo. Wie geht es dir? Drei Tage nach der Saison hast du schon Zeit gehabt, ein bisschen Revue passieren zu lassen und dich zu erholen vielleicht auch? Ja, ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit, um alles zu analysieren. Erholt bin ich auf keinen Fall. Ist ja doch erst zwei, drei Tage her. Aber ja, grundsätzlich macht man sich seine Gedanken. Wichtig ist dann, dass man, wenn man startet, die richtigen Lösungen hat und da bin ich guter Dinge. Euch darf ich gerne einladen, Fragen in den Chat zu stellen. Wir werden immer zwischendrin auch Fragen an unseren Kapitän einbauen. Ein bisschen Geduld brauchen wir schon. Es sind über 90 Einzelpreise, die wir auslosen werden. Es gibt auch frohe Botschaften zu verkünden, nämlich über 90 Prozent der Abonnenten haben auf eine Rückforderung verzichtet. Das ist toll. Ein großes Dankeschön von unserer Seite natürlich ist nicht selbstverständlich, aber ein großes Bekenntnis. Ein großes Bekenntnis gibt es auch von den Mitgliedern, nämlich wir haben einen neuen Rekord 3.200 Vereinsmitglieder. 3.000 war der alte Rekord. Das ist der Stand jetzt. Und wir haben den besten Abo-Verkaufsstart seit vier Jahren, trotz dieser Saison. 2.000 Abos wurden bis dato abgesetzt. Auch da ein großes Dankeschön. Also schon ein großes Bekenntnis. Naja, das ist dann schon ein Zeichen. Also ich höre die Zahlen jetzt zum ersten Mal, aber dann sieht man erst einmal, wie treu eigentlich Sturm-Fans sind und die hätten sich natürlich nächste Saison sicher das eine oder andere internationale Spiel verdient. Ja, jetzt müssen wir es ein Jahr zurück verschieben und dann versuchen, die Fans so zu belohnen, weil das ist schon eine unglaubliche Geschichte. Nach so einer Corona-Zeit und nach einer nicht so guten Saison von uns so ein Zeichen von den Fans eigentlich. Ja, ein großes Danke auch von der Mannschaft natürlich. Kurz noch einmal zu den Gewinnern. Wir haben verlost oder werden jetzt verlosen fünfmal Jahresvorrat Buntigammerbier, 30mal das Trikot 2021, 50 mal zwei Abos im Wunschsektor, dreimal zwei VIP-Abos und zweimal zwei Abos auf Lebenszeit. Also wirklich tolle Preise. Dazu noch der Hinweis. Für alle, die heute nicht gewinnen, läuft der Abo-Verkauf natürlich weiter, nämlich auch der Early-Bird-Verkauf noch bis inklusive 12. Juli. Natürlich ohne Risiko, sollten aufgrund der Corona-Krise weiterhin Spiele ohne Zuschauer nötig sein. Dann bekommen sie natürlich ihr Geld. Zurück. Die Verlosung findet unter notarieller Aufsicht statt. Darf Mag. Christoph Lohberger recht herzlich bei uns begrüßen. Dankeschön für die Aufsicht. Auch noch der Hinweis, alle Gewinner werden natürlich persönlich verständigt. Also für alle, die nicht live dabei sein können, jetzt brauchen sie sich keine Sorgen machen. Wir verständigen sie per E-Mail oder per Post. Ich würde sagen, wir ziehen die ersten fünf Loser, nämlich fünfmal Jahresvorrat und die Gamma Bier. Erster Gewinner, wir sagen immer nur die Kundennummer, aus Datenschutzgründen. TBL O0056-1. TBL O258-1. UIRIE 4980-16. Zwei noch. TMA N464-1. Und TWA G0470-1. Ich darf das Kuvert gleich so, wie es ist, mit den fünf Losen an unseren Notar übergeben. Dankeschön. Ich würde sagen, wir losen gleich noch die 30 Trikosas und kommen dann zu ein paar Fanfragen. Vielleicht machen wir drei mal zehn, damit wir den Überblick nicht verlieren. Das ist TSTE487-24. TKLE 455-18. TSH 501-144. TBN 0909-1. THAR 497-1. Sind wir bei fünf. TKFZ 0035-1. TRL 439-1. TPL 472-14. Kürzen Moment. Man hat kein Chaos bekommen. Bist du ein Ruppenlos-Typ oder kaufst du regelmäßig lose? Überhaupt. Der nächste Gewinner oder Gewinnerin TMER0951-1 Das ist der zehnte TGU T446-8 Wie gesagt, das sind die Kundennummern Die stehen direkt auf der Abo-Karte drauf Oder wenn Sie noch eine Kopie des Formulars zu Hause haben Da war die Kundennummer dort auch zum Eintragen Nummer 11 TSH 3972-4 TUB 0692-1 THO F0463-1 Sind wir bei 13 TSTI 004-1 TMO S0391-1 TRA B0114-1 TJO H094-1 TRO S478-5 20 TSO T88-0-1 TPRA 499-18 TUNG 0228-1 TKRA 554-7 Für alle, die sich dazugeschalten haben, es geht gerade um die Trikots 2021, die wir auslösen. Das sind 34, ja. TPI R472-9 R24, so. UIG RU0946-1 TMA I464-33 Kontrolle 26, 4 noch TKON 457-9 TGRI 0835-1 Und TJAN 1517-1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eines haben wir noch. Ein Trikot noch. Der oder die Gewinnerin. TK XN 315-4 30 Lose. Herzliche Gratulation an die Gewinner. Wie gesagt, 30 Trikots 2021. Hast du das schon gesehen, ohne dass du zu viel verrätst? Ich habe es schon gesehen, ja. Ich verrate nichts. Sehr gut. Geht es für dich in Urlaub wohin oder bleibst du in Graz oder geht es nach Kärnten? Also Urlaub ist keiner geplant, weil die Zeit einfach schwierig ist, irgendwas zu planen. Ich habe die eine oder andere Untersuchung noch von ein paar WWchen. Das werde ich in Graz bei meinem Vertrauensarzt machen. Und dann gibt es ja viele Möglichkeiten in Österreich, in der Steiermark, meine Familie in Kärnten besuchen. Und dann, glaube ich, findet man immer was. Schauen wir mal, welche Fanfragen es gibt. Markus Steiger, hast du einen Wunsch-Trainer? Gefährliche Frage. Naja, ich glaube, Wünsche bei solchen Dingen gibt es eigentlich nicht. Die Verantwortlichen werden einen Trainer suchen. Und was ich so gehört habe, hat man jetzt ein bisschen Zeit. Man wird sich die Köpfe zusammenstecken und analysieren, wer der Beste ist oder welcher Weg der Beste ist. Und dann bin ich guter Dinge, dass da eine gute Entscheidung getroffen wird. Dominik Warnberger hat einen Preisvorschlag für das nächste Mal. Mit einem Hirli auf einem Bierli. Das ist ein schöner Reim gewesen. Ja? Also, wer war das jetzt? Der Dominik Warnberger. Schöne Grüße. Ich kann einmal, wenn er mich irgendwo sieht, aber wahrscheinlich sieht er mich nie irgendwo, weil ich wenig unterwegs bin. Aber ins Stadion kommen und vielleicht bin ich einmal irgendwo auf der Tribüne, kann ich sein. Michael Huppmann, was wünschst du dir für die kommende Saison und was muss sich ändern? Ja, also es ist jetzt auch immer schwer zu analysieren, aber ändern muss sich natürlich der Weg, dass man wieder Spiele gewinnt. Und ja, ich habe jetzt das eine oder andere analysiert und das betrifft auch schon die Heimspiele. Und da muss man natürlich ansetzen und schauen, dass man da ein anderes Gesicht wieder zeigt. Und es ist für Sturm Graz ganz wichtig, Heimspiele zu gewinnen, generell Spiele zu gewinnen. Aber es tut doppelt und dreifach weh, wenn man in Graz die Spiele nicht gewinnen kann. Und ich glaube, das ist ein großer Ansatzpunkt. Ist das vielleicht ein Thema weniger nachdenken, mehr auf das Wesentliche konzentrieren, einfach Fußball? Weniger nachdenken und weniger reden. Einfach die Leistung am Platz bringen und das konstant. Und ja, wir können jetzt noch irgendwelche Phrasen raushauen und Weisheiten raushauen. Das wird uns nicht weiterbringen. Ich glaube, die Daten sind wichtig und ja, es ist natürlich da jetzt schwer, dann zu sagen, ja, einen Blick in die nächste Saison zu werfen, weil jetzt ist Urlaub. Ja, da fährt man jetzt ein bisschen runter und analysiert einmal die Saison, die jetzt nicht gut war. Aber grundsätzlich sollte man da ansetzen, einfach die Daten in Vordergrund stellen. Ich denke, wir gehen mit den Preisen voran. Wir haben jetzt einen relativ großen Procken, nämlich 50 mal zwei Abos im Wunschsektor. Wir werden da jetzt nicht die Kunden um einen Einzelnen vorlesen, weil sonst ist es ein bisschen zu langwierig, glaube ich. Wir werden fünf mal zehn Lose rausziehen und dann direkt an den Notar übergeben und dann im Nachhinein in die Liste schreiben, wenn das für Sie in Ordnung ist. Gut. So, eins, zwei, drei, vier. Jetzt schon mal so ein bisschen runterkommen. Fünf. Das ist ein bisschen zweitartig gewesen. Ja. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Zehn. Die ersten zehn. Jawohl. So. Dann nochmal zehn. Eins. Zwei. 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 Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Die zweiten zehn. Eins. Zwei. 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 Drei. Vier. Acht. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. 9 10 Soll ich es die Brieflos-Show geben? Ja Die Brieflos-Show hat es gegeben Millionenrat hat es früher gehabt Ja, ich kenne es noch mit dem Ja, Peter Rapp Ja, genau Ja, das ist das Geige Erinnerungen werden wach So, was haben wir jetzt? 3 4 5 6 7 Vielleicht, weil der Heli da runterzählt Der Hinweis auch noch Trikot-Aupperkauf läuft noch Weil wir haben ja schon vorher gesprochen Es wird neue Trikots geben Lasst euch überraschen Demnächst werden sie präsentiert Wie gesagt, die alten Trikots Nämlich das ganz schwarze Auswärts-Trikot Und auch das gestreifte Heimtrikot Minus 50% bei uns im Onlineshop Oder auch in der Hans-Sachs-Gasse Das eben, genau 1,5 und 10 Bei uns in der Hans-Sachs-Gasse Rasch zuschlagen Es sind bei den meisten Trikots Oder bei dem Auswärts-Trikot Nämlich Restgrößen erhältlich Frei Aber es wird wieder ein tolles Trikot kommen Kommen nächste Saison 5, 6, 6 Wir losen gerade 50 mal 2 Abos im Wunschsektor aus Für alle, die erst hinzugekommen sind Davor waren schon die 30 mal Trikots Und 5 mal Jahresvorrat-Bunte-Gammerbier 8 Wie schon vorher erwähnt Die Abos im Wunschsektor Haben mir nicht einzeln vorgegriffen Die werden natürlich für alle Gewinner Persönlich via E-Mail oder per Post 10 5 mal 10 10, 50 Richtig Nach Adam Riese Schauen wir das ganz runter von dem Baum Haben wir ins Kuvert Wenn du ein Abo kaufen würdest Wirst du mehr der Längsseitentyp Oder der Kurvensteher Wahrscheinlich der Kurvensteher Wirklich? Mit Freunden? Mädlich? Nein, ich war ja schon mal in der Kurven Mit unserem Zeugwart Der ja ein bisschen eine Vergangenheit hat In der Kurven Und der hat mir alles so gezeigt Natürlich war ich Auf der Längsseite auch schon Wenn man gesperrt ist oder verletzt ist Aber Es hat irgendwie Was in der Kurve zu stehen Und Das kann ich nur Jedem empfehlen Der Vielleicht Noch nie in der Kurve war Einmal reinzustehen Also es ist schon Ein cooles Gefühl Vor allem ist es eigentlich Schon beeindruckend Was da manche auf sich nehmen Man muss denken Dass viele ja schon Jedes Spiel eigentlich fahren Also egal ob es auswärts Oder zu Hause Bei was für einem Wetter Auch immer Wenn man an Klagenfurt Zum Beispiel denkt Da war richtiges Sauwetter Wenn man das so sagen darf Und es sind wirklich 90 Minuten im Regen gestanden Wie empfindet man das Als Spieler dann eigentlich? Ja genau Wegen solchen Sachen Wollen wir den Fans Natürlich An Sieg dann Mit nach Hause Geben Um die Strapazen Ein bisschen zu versüßen Gelingt uns nicht immer Aber Ja das ist schon so Ansporn Dass man dann Spiele gewinnt Es gibt genug Beispiele Wo man sagt Als Spieler Wie geht so was Dass in Amsterdam Ja die Fans So präsent sind Ja da kriegt man Von den Ajax-Fans Dann nehmen wir viel mit Obwohl die auch Ziemlich Bekannt sind Aber Ja Als Sturm-Fan Ist schon Ganz was Spezielles Und auch was Besonderes Und das wissen wir Auch zu schätzen Mich sagt noch einmal Die Einladung Gerne Fragen In den Chat Wir werden sie stellen Tobias Koch Sieht zu Schöne Grüße Nach Lafnitz Der Laf die Saison ja noch Okay Ja Alles Gute Fürs nächste Spiel Ja keine weiteren Fragen Dann würde ich sagen Wahrscheinlich warten Sie Schon auf die Hauptpreise Nämlich Kommen wir jetzt So dreimal Zwei VIP-Abos Und zweimal Zwei Abos Auf Lebenszeit Aber zuerst Die VIP-Abos Dann werden wir noch einmal Ein paar Fragen stellen Dreimal zwei VIP-Abos Drei Lose Ja das machen wir jetzt Ja da muss ich jetzt ein bisschen Länger Wie gesagt noch einmal Wir lesen die Kundennummer vor Die steht entweder Auf der Abokarte Oben Oder auch ihre Rechnung Die sie bekommen haben Gewinner Nummer eins Von Einmal zwei VIP-Abos TEPP438-1 Herzliche Gratulation Nummer zwei Mischen Zweiter Gewinner oder Gewinnerin Einmal zwei VIP-Abos TEMA TEMA T0553-1 TEMA T0553-1 Herzliche Gratulation zu zwei VIP-Abos, den drei gewinnen. Wie gesagt, werden auch persönlich verständigt. Dankeschön. Schauen wir, ob inzwischen Fragen gekommen sind, bevor wir zum Hauptpreis kommen. So ein bisschen Spannung reinbringen. Christoph Leitke, herzlich willkommen. Die haben alle zu viel Zeit. Schöne Grüße an alle Kollegen. Keine weiteren Fragen? Gut, da bin ich aber froh. Wenn es keine Fragen gibt, dann werden wir es einfach durchziehen. Ja, sicher. Der Hauptpreis, zweimal zwei Abos auf Lebenszeit. Das bedeutet, du bist für immer Abonnent auf Lebenszeit. Ich bin leider nicht drin. Richtig, richtig guter Preis. Ich bin auch nicht drin. Keine Mitarbeiter. Zwei Lose, bitte. Machen wir gleich. So, das machen wir. Ah. Der oder die Gewinnerin. TFOR0420-1. Einmal zwei Abos auf Lebenszeit. Und der oder die zweite Gewinnerin. TKAI0326-1. Ich glaube, die werden jetzt jubeln zu Hause und sicher ein Bierli ohne Hirli aufreißen. Herzliche Gratulation zu einem tollen Preis. Zweimal zwei Abos und wirklich auch danke noch einmal für den Verzicht auf die Rückforderung. Einen Programmhinweis darf ich machen. Morgen gibt es die Pressekonferenz. Nach der Klausur in den letzten Tagen natürlich werden wir auch die auf unseren Medien zeigen. Noch einmal den Hinweis, dass der Abo-Verkauf weiterhin läuft. Nämlich bis 12. Juli zum Early Bird Preis. Danach zum Normal Preis. Für alle vergangene Abonnenten bitte auch auf die Platzreservierung achten, dass sie innerhalb des Zeitraums auch ihren Platz dann wieder bekommen. Trikotabverkauf habe ich vorher schon erwähnt. Minus 50 Prozent im Onlineshop bzw. auch in der Hans-Sachs-Klasse, wo es auch weitere tolle Fanartikel gibt. Hierli darf ich mich bei dir bedanken, dass du im Urlaub nach Messendorf gekommen bist. Gerne. Dankeschön. Erhol dich gut, dass wir nächste Saison wieder durchstarten können. Darf ich mich bei unserem Notar recht herzlich bedanken. Magister Bissler-Lohberger. Dankeschön fürs Zuschauen und herzliche Gratulation nochmal an die Gewinner.